Hallo, in diesem kleinen Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Bild wie etwa dieses hier zuschneiden kann. Zuschneiden heißt im Grunde Teile vom Bild wegschneiden und wie man die Größe von Bildern verändern kann, und zwar auf relativ einfachen Wege mit dem Programm Paint. Ja, wenn ich hier zum Beispiel ein Bild offen habe und hier auf der rechten Seite mich dieses Haus stört, was hier reinragt, dann möchte ich das gegebenenfalls wegschneiden. Dafür möchte ich das Bild zuschneiden und um das zu machen, öffne ich jetzt erstmal Paint, das Bild mache ich wieder zu. Um Paint zu öffnen, gebe ich hier unten auf der Startschildfläche einfach Paint ein. In jedem Windows sollte das eigentlich vorinstalliert sein und das sieht dann genau so aus. Mit Paint öffne ich das Bild. Das mache ich jetzt hier einfach mal, indem ich das reinziehe. Dann öffnet sich das Bild und jetzt ist es wichtig, genau den Bildausschnitt auszuwählen, hier mit diesem Auswahl-Tool, den ich gerne vom Bild behalten möchte. Das ist jetzt gerade hier an der Stelle ein bisschen ungünstig, weil das komplette Bild nicht angezeigt wird im Paint. Dafür mache ich mir mal die Ansicht etwas kleiner. Um das zu machen, gibt es hier das Zoom-Werkzeug. Da gehe ich einfach auf Minus und dann kann ich das komplette Bild sehen. Jetzt nehme ich das Auswahl-Werkzeug und ziehe einen Rahmen um genau den Teil vom Bild, den ich gerne behalten möchte. Diesen hier ohne das Haus. Und jetzt brauche ich nur noch hier oben auf Zuschneiden klicken. Dann wird das Bild zugeschnitten und ich kann mir das Bild wegspeichern. Das geht hier oben auf der Schildfläche und dann unter Speichern unter. In den meisten Fällen suche ich mir hier den Desktop. Als JPG ist okay. Kirchturm zugeschnitten. Speichern. Das war es im Grunde auch schon. Jetzt kann ich mir das Bild hier anschauen und ich sehe im Vergleich zu dem anderen Bild, Kirchturm, dass die Kante fehlt. Okay, jetzt ist es nicht immer der Fall, dass ich ein Bild einfach nur zuschneiden möchte, sondern manchmal möchte ich auch ein Bild vergrößern oder verkleinern. Auch das geht mit Paint sehr gut. Ich lasse das Bild hier eben mal offen. Dafür benötigen wir hier die andere Schaltflächegröße ändern. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich ein Fenster. Hier würde ich jetzt auf Pixel umstellen. Also ich kann das Bild hier auch prozentual verkleinern und vergrößern, aber in den meisten Fällen möchte ich zum Beispiel ein Bild, was ich zu groß mit einer Spiegelreflexkamera oder mit irgendeiner anderen Kamera, mit dem Smartphone zum Beispiel aufgenommen habe, verkleinern, weil die Pixelmaße extrem groß sind. Meistens über 2000 oder vielleicht sogar 3000 Pixel in der langen Seite. Um jetzt ein Bild irgendwie online zu verschicken, kann man das Bild wesentlich kleiner machen. Da reicht auch eine lange Seite von sagen wir 1000 Pixel oder 800 Pixel. Ja, das kann ich hier relativ einfach einstellen. Also wie gesagt, hier auf Pixel umstellen. Dann gebe ich hier in der Vertikalen, weil das die längere Seite ist, 800 ein. Das Seitenverhältnis bleibt, wie es ist. Damit verzerre ich das Bild also nicht und dann einfach nur auf OK. Das Bild wird entsprechend verkleinert und wenn ich das jetzt speichere, wieder speichern unter, Kirchturm, verkleinert. Dann kann ich das hier speichern. Und ja, dann habe ich ein kleineres Bild, das ich dann auch online verschicken kann. Also die Dateigröße verändert sich natürlich entsprechend ebenfalls. Wenn wir das hier mal vergleichen, die Eigenschaften. Das hier hat 114 KB und das Original, was ich runtergeladen habe, hatte 412 KB. Ja, also hat die Verkleinerung schon ein wenig geholfen. Ja, das war es auch schon zu diesem Video. Wir haben gesehen, wie man ein Bild zuschneiden kann und wie man ein Bild verkleinern kann mit dem Programm Paint. Okay. Vielen Dank.